Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Energie- und Krisenvorsorge-Reports. In der heutigen Folge werde ich Stellung nehmen zu einer E-Mail, die mir geschrieben wurde, in der es sinngemäß hieß, dass ich nicht wahrheitsgemäß über die Folgen eines Blackouts berichten würde. Mein Name ist Robert Jung-Nischke. Ich bin Energie- und Krisenvorsorge-Experte. Ich berate kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch Privathaushalte, wie sie Krisenvorsorge- und Krisenbewältigungsstrategien lernen und umsetzen können. In diesem Video geht es, wie gesagt, um eine E-Mail. Und ich werde Ihnen diese E-Mail hier natürlich anonymisiert mal zeigen und den ersten Absatz mal vorlesen. Hallo Herr Jung-Nischke, bei allem Respekt, aber ein paar Sachen fehlen mir da bei euch immer. Wenn es um sogenannte Vorsorge geht. Die einzige Vorsorge bei einem Blackout ist nämlich, sich rechtzeitig in den ländlichen Bereich zu verkrümeln. Natürlich lange vor einem Blackout. Warum? Fragezeichen, Fragezeichen. Nun, da sind schon ein paar Dinge drin. Da möchte ich direkt was zu sagen. Das erste Problem, was ich sehe, wie soll ich denn wissen, wann der Blackout eintritt? Denn das ist ja der große Schwachpunkt daran, dass man sich im Grunde, zwar, dass man sagen kann, okay, die Wahrscheinlichkeit dafür nimmt zu, das Risiko steigt. Aber wann er genau kommt, sodass ich dann auch entscheiden kann, dass ich lange davor aus der Stadt flüchte. Wie soll das gehen? Und jetzt nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Wir nehmen jetzt eine Familie, die zwei schulpflichtige Kinder hat. Wie soll die Familie das denn handeln, wenn sie diese Kinder dann mal einfach entgegen der gesetzlichen Regelung aus der Schule lässt, um irgendwo hinzugehen, wo sie vermeintlich sicherer vor einem Blackout ist? Das wäre Punkt eins. Punkt zwei. Ich müsste ja dann einen Zweitwohnsitz haben, den ich entsprechend Blackout mäßig vorbereiten kann. Das heißt, mit allem, was dazu gehört, kann sich das schon leisten. Ja, und drittens, was ist denn mit den Leuten, denen tatsächlich alle Mittel fehlen oder die vielleicht auch kränklich sind, die vielleicht immobil sind, die überhaupt nicht in der Lage wären, an einem anderen Ort, nehmen wir auch an, es kommt zum Beispiel jeden Tag der Pflegedienst zu einer älteren Person, die eben pflegebedürftig ist, wie soll diese Person in der Lage sein, diesem Rat zu folgen? Und vor allen Dingen nochmal, wir wissen halt nicht, wann der Blackout kommt und somit ist auch der Zeitpunkt lange vor einem Blackout nicht wirklich definierbar. Und dann besteht ja auch immer noch das Risiko, es kommt gar nicht dazu und dann möge man sich mal die Kollateralschäden vorstellen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel wieder Eltern mit zwei schulpflichtigen Kindern. Man nimmt sie aus der Schule, weil man lange vor dem Blackout eben aus der Innenstadt weg möchte. Nach vier Monaten stellt man fest, der Blackout war immer noch nicht da. Es gibt einen Riesenärger, weil die Kinder nicht in der Schule waren, plus die ganzen wirtschaftlichen Konsequenzen, weil in der Zeit konnten die Eltern auch nicht arbeiten gehen. Da kann sogar ein möglicher Jobverlust dazukommen und, und, und. Also wie dieser Rat umsetzbar sein soll, kann ich nicht erkennen. Und das ist auch der Grund, warum ich einen solchen Rat nicht geben würde. Im Gegenteil, ich gehe einfach mal davon aus, dass die Mehrheit der Stadtbewohner nicht in der Lage sind, in die Umgebung, in die weitere Umgebung zu flüchten. Und dann kommt ja noch ein ganz anderer Aspekt dazu. Und das ist der Aspekt, man stelle sich vor, es kommen jetzt nur 10 oder 20 Menschen aus einer Großstadt zusätzlich in ein, sage ich jetzt mal, Dorf, wenn es zu einem Blackout kommt, mit der damit einhergehenden Irritation und Versorgungskrise. Dann muss man sich darauf einstellen, dass man dann in diesem Dorf, wo man hingekommen ist, nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen wird. Und wenn das jetzt nicht nur 10 oder 20 Menschen sind, sondern vielleicht mal 100, sodass es dann zum Beispiel für die Dorfbewohner schwierig wird, diese Menschen zusätzlich zu versorgen, dann weiß ich, dass hier schon die ersten Auseinandersetzungen vorprogrammiert sind. Aber lesen wir mal weiter. Also Stichworte sofort eintretender Verkehrsinfarkt bei einem Blackout, beginnend von den Innenstädten, sich nach wenigen Stunden bis auf die Zugringerautobahn der Großstädte ausbreitend, die gesetzmäßig eintretende Dunkelheit im Winter gepaart mit Kälte. Ja, aber das haben wir ja alles auch schon bei einem lang andauernden, großflächigen Stromausfall erlebt, zum Beispiel in Berlin. Natürlich passieren dann solche Dinge. Es werden auch Unfälle passieren. Es wird auch Leute geben, die tatsächlich möglicherweise im Winter dann im Auto erfrieren. Das kann man alles nicht von der Hand weisen. Nur man kann es halt auch nicht komplett umgehen, weil wie gesagt, wir wissen halt leider nicht, wann der Blackout kommt. Aber deswegen gibt es ja auch Informationen von mir, dass man im Auto die wesentlichen Dinge immer bei sich haben sollte in der heutigen Zeit. Nächster Absatz. Dieses Gemisch mit Autos verstopfte und in völliger Dunkelheit liegende Straßenzüge in den Innenstädten, dann soll es erste Feuertonnen geben, wegen der Dunkelheit und wegen der Kälte, lösen ein Szenario aus, worüber man reden könnte oder auch lieber nicht. Ein brennendes Auto reicht, um auf andere überzugreifen und infolgedessen ganze Straßenzüge in Brand geraten werden. Stichwort Feuerschmier. Ja, jetzt bin ich kein Brandexperte. Ich gehe aber davon aus, wenn ein Auto brennt und es Gott sei Dank vielleicht kein E-Auto ist, die ja immer sehr gut brennen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dieses Auto einfach nur abbrennt und nicht mehr passiert. Das automatisch, wenn es zu einem Blackout kommt, und da Autos stehen bleiben, es zu Bränden kommt durch die Autos, dann würde ja auch in jeder Innenstadt immer wieder ein Autobrand entstehen, dass natürlich das Risiko für Brände steigt, weil in den Wohnungen mehr mit Streichhölzern und Kerzen hantiert wird und möglicherweise auch mit Gasflammen zum Kochen und Heizen. Das ist natürlich klar und klar ist auch, dass ja die automatischen Löscheinrichtungen nicht mehr funktionieren und dass es auch schwer wird, die Feuerwehr zu rufen. Also ein erhöhtes Brandrisiko ist natürlich zu erwarten in einer solchen Situation, aber dass reihenweise die Städte niederbrennen, würde ich jetzt erst mal nicht so sehen. Dennoch, wer meine Kurse schon gebucht hat und wer sie sich auch angesehen hat, der weiß, dass ich jedem Bewohner eines Mehrfamilienhauses erstens dazu rate, sich eine Brandfluchtmaske zuzulegen und zweitens auch den Ernstfall zu proben. Das heißt, wenn in der Wohnung oder in einer Wohnung unter Ihnen ein Brand ausbricht, wie Sie dann das Haus noch sicher verlassen können und zwar mit Ihrer gesamten Familie. Also das sind Dinge, da rede ich drüber und da mache ich darauf aufmerksam, dass da bitte entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. Lesen wir mal weiter. Im ländlichen Bereich sind Überlebenschancen besser, alles, was sich unter 5000 Einwohner bewegt. Darüber wird es auch eng, da immer mindestens 10% der Bevölkerung in finanziell prekären Situationen leben, sprich nach zwei Tagen nichts mehr zum Fressen haben. Naja, das hätte man auch netter ausdrücken können. Ob 10% der Bevölkerung in prekären Situationen leben oder weniger oder mehr, ist, glaube ich, gar nicht so relevant, denn das Problem ist, dass die Vorsorgequote ja immer noch sehr schlecht ist. Das heißt, die wenigsten Menschen haben Lebensmittel für mehrere Wochen oder sogar Monate eingelagert. Das heißt, die Ernährungssituation wird unabhängig von finanziellen Möglichkeiten dramatisch werden. Gerade bei kleinen Dörfern oder Städten halte ich seine Aussage für nicht richtig, weil ich mir vorstellen kann, dass gerade in kleinen Dörfern ein guter Zusammenhalt da ist und dass man auf Fremde hier entsprechend grob reagieren wird, wenn es denn zu viele werden. Und das steht ja zu befürchten. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir der Einzige sind, der diese clevere Idee hat, aus der Stadt rauszugehen, sondern dass es viele sein werden und damit die umliegenden Orte und Dörfer und Städte vor große Probleme mit großem Konfliktpotenzial gestellt werden. Dann kommt letztes Stichwort Fegefeuer. Da muss ich gestehen, das habe ich nicht verstanden. Und ja, dann geht es weiter. Und ja, in einem haben Sie völlig recht. S, er wird kommen, der Blackout. Ja, ich will gar nicht recht haben, nur wenn man eben Wahrscheinlichkeiten und Statistiken betrachtet und ich habe ja in letzter Zeit immer gesagt, ich gehe davon aus, der Blackout kommt. Die Frage ist nur, wie groß ist die Zeitspanne? Meine österreichischen Kollegen haben ja im letzten Jahr schon davon gesprochen, dass er bis 2025 kommt. Wenn wir uns die Situation der Energieversorgung ansehen, als einen möglichen Auslöser, dann wird es aus meiner Sicht immer wahrscheinlicher. Aber wir haben ja auch noch viele andere und wir haben, das darf man auch nicht vergessen, den europäischen Stromverbund. So, und dann lese ich auch noch den letzten Satz, der Vollständigkeit halber. Und jetzt lassen Sie sich das nochmal auf der Zunge zergehen. Sollten Sie dieses Szenario kennen, dann umso schlimmer. Lieber E-Mail-Schreiber, ich möchte dazu Folgendes sagen, Ihre Sicherheit möchte ich gerne haben, was alles ganz genau wie kommt. Ich habe sie leider nicht. Ich arbeite mit Annahmen und mit, ich sage jetzt mal, Wahrscheinlichkeiten, die sich aus meinem Kenntnisstand der Dinge ergeben. Und nochmal, ich halte es für nicht praktikabel, für die meisten Stadtbewohner, die Stadt zu verlassen. Erstens mal Problem, Sie werden erst dann über den Blackout Bescheid wissen, wenn er denn eingetreten ist, weil für die Mehrheit der Menschen wird der Blackout zunächst sein wie ein Stromausfall und erst nach ein, zwei Tagen wird Ihnen dämmern, dass es ein Blackout ist und dann ist es eh zu spät. Ich sehe auch das Problem, dass wir nicht vorher wissen, wann es den Blackout gibt. Wir können aus meiner Sicht nur sagen, die Wahrscheinlichkeit dafür steigt weiter an, solange diese Energiepolitik so fortgesetzt wird, weil einfach immer mehr zuverlässige Kraftwerke abgeschaltet werden. Ansonsten rate ich natürlich jedem zur Vorsorge, aber ich rate auch jedem dazu, zu versuchen, in eine Gemeinschaft zu kommen, die gemeinsam vorsorgt, die sich gemeinsam auf diese Krise vorbereitet, weil neben der eigenen Vorsorge, neben dem Erlernen von Krisenbewältigungskompetenz ist die Gemeinschaft der größte Schutz, den wir in einer solch außergewöhnlichen Krise hätten. und deshalb gründen wir ja auch Zert Europe, einen Verein, der sich um die Ausbildung von ganz normalen Menschen in Richtung Krisenbewältigung kümmern wird. Wir werden Ausbildungsprogramme anbieten, die von der Brandbekämpfung über das Retten von Verschütteten, über Erste Hilfe, über den Umgang mit Menschen in Angst und Panik, über all diese Dinge, die wir in einer Krise gut brauchen können, die werden wir als Ausbildungsprogramm anbieten. Hinweisen möchte ich auch noch auf ein neues Webinar, was ich gerade kreiert habe, was am Freitagabend das erste Mal durchgeführt wird. Ich werde es als Live-Webinar machen für maximal 20 Teilnehmer. In diesem Webinar geht es um das Thema Selbstverteidigung und hier spreche ich ganz klar den Otto-Normalbürger an, also jemanden wie mich oder eine alleinerziehende Mutter oder einen Familienvater oder auch die Familienmutter oder auch ältere Herrschaften, die sich für das Thema interessieren. In diesem Webinar geht es allgemein um das Thema, wie kann ich mich verteidigen, sollte ich in einer, wie eben beschriebenen Krise, persönlich, körperlich bedroht werden. Wir werden die rechtlichen Aspekte betrachten. Wir werden auch tatsächlich der Frage nachgehen, wie kann ich mich auf diese Situation so vorbereiten, dass ich in dieser Situation nicht vor lauter Panik handlungsunfähig bin, sondern bestmöglich und vor allen Dingen angemessen und richtig reagieren kann. Das Ganze findet, wie gesagt, als Live-Webinar statt, weil ich mir das Feedback von Ihnen, liebe Zuschauer, einholen möchte, wie dieser Inhalt ist, ob Sie damit was anfangen können oder ob meine Ideen da an der Praxis und an der Realität vorbei sind. Und wir werden in der Folge dann auch noch mit der BIA Consulting GmbH Praxislehrgänge machen, wo man das theoretische Wissen dann auch noch praktisch vertiefen kann. Den Link zur Anmeldung zu diesem Webinar am Freitagabend finden Sie in der Videobeschreibung. Ich möchte mich bei dem Autor dieser E-Mail herzlich bedanken, denn das Ganze lebt natürlich auch davon, dass wir die Dinge diskutieren und unsere Meinungen austauschen. Ich hoffe, es waren für die Zuschauer jetzt wieder ein paar interessante Hinweise dabei. Und ja, wenn Sie Anregungen, Kritik oder was auch immer haben, so schicken Sie mir ruhig eine E-Mail oder rufen Sie mich an. Meine Kontaktdaten finden Sie in der Videobeschreibung. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, Ihr Robert Jungnischke. END